Und sich mal vor, hier bis hin. Was sag ich? Was sag ich? Weißt du, sowas wie jemand? Das fällt halt auf, ne? Hast du ja gesehen, dass du, selbst wenn der Protos sich dreht, siehst du, das kann du findest an so einem Ring. Jetzt hat du ein bisschen Orientierung. Ist das komisch an den Flügel außen? Ja. Ein bisschen Orientierung ist jetzt schon, in der Sonne reflektiert das schön, ne? Ich denke wir sollen hier schreien. Ja. 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 Das war's. Ich glaube, das war's. Ich denke ich habe eine lange Zeit. Ja. Ich bin ganz schön. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020